Hi, ich bin der Winter, ich bin mein Bruder. Willkommen zu einem Pokemon TCG Online Pack Opening. Wieder mal die Situation, das normale Opening war der für vier Packs. Mein Bruder hat mir die Codes von seinen vier Packs aufgeben und ich habe keine einzige, nicht mal eine Holo gezogen. Mein Bruder hatte natürlich in einem Pack eine GX und eine Krishna. Aber ich habe jetzt hier noch acht Packs online vom neuen Team-Syndrom. Wo ich gleich mal ankündigen kann, werden noch Pack Openings bekommen. Also wo sind die da? Das Besondere ist eben, dass es vier Karten gibt, die Team sind. Und was ich dann vor allem im Echten sehen möchte, ist auf jeden Fall die Latias von Latios GX Polat. Am besten Rainbow oder Gold. Gitarra, Punta, Porte, Slyma, Latini, Coyle, Xoxa, Piccita. Und ich kann gleich sagen, dass mich sowieso jedes Bündchen und Stern gut aufgefangen gibt, weil ich habe in vier Packs die klassischen Drei von den beiden gezogen. Und dann habe ich die Karten. Wow, das Ding hatte ich als Reverse-Ware als beste Karte. Also jetzt eben in ich die. Ja, acht Packs wie gesagt. Und dann habe ich die Karten hier. Ach, den Volga hatte ich auch immerhin zwei Mal. Okay, das finde ich gut. Ja, kein Aufzweiler. Den Volga hat auch immerhin. Pam, Pam. Auf der Frühstärksammlung. Sünder. Das war das. Useless Fuck! Ich bin glückgrei. Geil, Stern und Pfiffchen! Stern und Pfiffchen! Allison und Pfiffchen! Stern hoooo! Sorry, ich darf nicht ganz so laut ruhen, deswegen... Ich habe das. ...und... ...und... und Guten Morgen, ihr seid auf meinem Kanal, das erwartet euch hier, falls ihr neu seid. Die Cobalium GX Pudelart, das ist eine der Mainkarten, die auch auf dem Pex selber erwähnt wird. Metallsymbol, eiserne Regeln. Boah, geil! Ist zwar keine der Team GX Karten, die sind echt cool, mein Bruder hatte die Evoli und Relaxi in der moralen Form, also nicht cool oder so. Ja, aber, die beschweren kann man sich da ja weniger. Was tue ich hier? Was ist ihr Oblikt eigentlich immer so bescheuert, aber übel lustig. Und die kann ich halt sehr gut zuhauf nehmen, mit der Qualität. Ja. Boah. Eine Kastanie. Aus Metall. Ich mach jetzt mal eine Technik, das letztes Mal die Aktion zu mir. Du bist glücklich. Du bist glücklich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du bist glücklich. Und P. Und P. Nicht. Hm. Schade, hat nicht geklappt. Letztes Mal hab ich ne Fuller Itemkarte. Wer's verpasst hat, gerne mal letzte Folge angucken. Ja. Du bist glücklich. Du bist glücklich. Boah, die sind da alle voll glücklich. Alter, sind die glücklich. Die Schüsch sind die glücklich. Alter bist du Scheiß. Nur noch zwei Packs, das ist halt ein kurzes Opening, aber ich kann mich nicht über die Ausbräute beschweren, ich hätte es bloß gern noch mal... Fickchen! Martin, was? Warum heißt du Martin? Du bist doch eine Frau! Letztes Pack, vielleicht noch mal mit einer besonderen... Was? Ja. Ich guck mich hinzu? Ich guck mich hinzu! Ich guck mich hinzu! Ich guck mich hinzu! Jetzt kalt meine Hand so, dass ich nicht wieder was rauskomme. Hier seht's schon ich nicht. Jetzt seh ich die oberen Richtung. Eine gute Karte gezogen, die dafür aber so richtig zack, zack, zack! Ich hätt kurz meinen Döner wieder auf. Mein Stuhl wär fast umgekippt! Ähm, du bist ein wenig überhandelt. Ich bin mit der Maske, die ich hilfe. Ich guck mich hinzu! Ich guck mich hinzu! Wir sehen uns bei einem anderen Video gleich hier! Wenn's euch gefallen, lasst doch mal ein Like und oder ein Abo da! Auch wenn ihr das hofft, die auch nicht die beiden Relights und folglich online kommen werden! Wenn ihr ihn nicht verpassen wollt! Wir sehen uns! Ciao!